Auf einer einsamen Insel würde ich mitnehmen? Mein Fußball, mein iPod und mein iPhone. Die faulste Spielerin der Mannschaft ist? Auf jeden Fall Linda. Nach dem Spiel? Trinken wir erstmal ein Bier zusammen. So bringt das Training immer Spaß? Wenn die Spieler gut geglaubt sind und der Trainer auch. In zehn Jahren? Wenn ich 33. Wenn ich den Ball am Fuß habe, dann? Spiele ich ab. Meine Mitspielerinnen nennen mich auch? Verlierter Finn Fox. Wenn die Schiedsrichterin das Spiel anpfeift, dann? Bin ich immer konzentriert. Frauen und Fußball? Passt gut zusammen. Männer und Fußball? Überbewertet.